Nachdem Karte die Öffentlichkeit mit ihrer Krebsdiagnose erschütterte, fragen sich viele, wie es nun für die Prinzessin von Wales weitergeht. Prinzessin Kate hat Krebs, mit einer baldigen Rückkehr ist nicht zu rechnen. Nein, es ist kein Märchen mehr. Die schöne Heldin, die ihren Traumprinzen küsste, sich in eine Prinzessin verwandelte und das Volk bezauberte, sie ist vom Krebs befallen. Dieser fiesen, hinterhältigen, ganz und gar unromantischen Krankheit. Am 21. März überbrachte Kate, 42, selbst der Welt die Hiobsbotschaft. Sie wirkt tapfer und zugleich verletzlich. Aufrecht saß sie auf einer Bank, im blühenden Park von Windsor. Sie wirkte entschlossen, und zugleich verletzlich. Wir wissen nicht, um was für einen Krebs es sich handelt. Fest steht, dass sich die Prinzessin seit Ende Februar einer Chemotherapie unterzieht. Damit ist vorgezeichnet, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Karte muss sich schonen. Mit einer baldigen Rückkehr ins Rampenlicht ist nicht zu rechnen. William bleibt Kids Traumprinz. Besonders William steht ihr bei in ihrer Videobotschaft verriet die künftige Königin, mit welchen Worten sie ihren Kindern George, 10, Charlotte, 8, und Louis, 5, Mut macht, mir geht es gut. Und ich werde jeden Tag stärker, indem ich mich auf die Dinge konzentriere, die meine Heilung unterstützen werden. Anders gesagt, Karte wird für eine unbestimmte Zeit nicht der Öffentlichkeit gehören, nicht der Monarchie, sondern sich selbst und der Familie. Die Prinzessin steigt aus ihrem Märchen aus. Doch eine gewöhnliche Patientin ist sie auch jetzt nicht, König Charles, 75, steht seiner Schwiegertochter mit Rat und Tat zur Seite. Und William, 41, bleibt Kids Traumprinz. Mit seiner Hilfe wird sie bald ein neues und fröhlicheres Kapitel aufschlagen. Und dann wird sie bald ein neues und fröhlicheres Kapitel aufschlagen.